Wir sind zurück bei Darksiders 2. Eben gerade haben wir diesen riesigen Golem besiegt und jetzt gehen wir hier drüben weiter. Und da drüben kriegen wir gleich mal eine neue Truhe, aber erstmal hauen wir hier die Basen platt, denn man weiß ja nie, wir brauchen unbedingt einen Heiltrank. Also langsam wird's eng. Heiltrank, bitte. Na komm. Ähm, wir haben auf jeden Fall einen neuen Gegenstand. Ich glaube, für die Schultern. Sieht so aus. Ja, hier drüben. 21 haben wir jetzt, 16 hier drüben natürlich. 21 behalten wir. Nur Müll, wie immer. Mana-Drank. Ja, Mana brauchen wir nicht unbedingt. Na, endlich mal einen Heiltrank. Wird ja auch endlich Zeit. Und wenn man so viele Tränke findet, dann ist man nicht mehr weit entfernt von dem Endgegner. Denn normalerweise sollte jeder große Dungeon hier einen End-Endgegner haben, also der Oberboss im Dungeon. Na, noch ein paar Münzen und hier oben. Was haben wir hier? Moment, erst mal hier drüben noch hin. Aha! Eine neue Seite. Drehen. 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 Oh, der Kessel ist geschafft. Das war ziemlich einfach. Irgendwas muss hier noch kommen. Na, erst mal hier hin. Hier hätten wir dann nochmal eine Truhe. Mit einem neuen Gegenstand. Der war grün. Aha. Nee. Nee. Unser Hammer viel besser. Okay, jetzt kommen wir hier wieder runter und der Kessel, der war doch am Anfang. Dann hatten wir aber noch immer ein... Ich glaube, eine große Tür hatten wir noch. Ja, irgendwas muss ja hier noch kommen. Der Gegner da eben gerade, der war ja ziemlich klein. Ziemlich easy. Na, noch eine Truhe. Wieder was Neues. Na gut, schauen wir es uns an. Man weiß ja nie. Ähm, wir haben hier eine neue Sense. Ja, die kennen wir schon. Okay. Ja, hier drüben. Die große Tür. Da müssen wir wohl hin. Oder erst mal hier was machen. Nee, hier sind wir hergekommen. Moment. Hier sind wir hergekommen. Jetzt müssen wir hier lang. Die sollte ja noch gehen. Und dann sind wir im Grunde beim Kessel. Mein Rabe ist hier. Sieh nach, was du finden kannst. Wo will er hin? Er will hier wieder hin. Na gut, gehen wir nochmal hier raus. Also, wir sollen wieder ganz raus. Okay, wir sind fertig. Gehen wir noch ganz schnell in die Karte rein. Also. Ja, okay. Sieht fertig aus. Kein Bereich mehr ist hier grau. Also dunkelgrau. Hier drüben hätten wir noch eine Truhe. Hm. Sollen wir da noch hin? Wie kommen wir da hin? Da müssen wir hier hin. Wieder nach oben. Oder hier unten. Hier wäre auch noch was. Na, verdammt. Okay, wir gehen hin. Sonst denke ich die ganze Zeit. Was war da in der Truhe? Wahrscheinlich die ultimative Waffe. Oder eben nur Müll. Höchstwahrscheinlich Müll. Na gut, ich, ähm. Hab ja eh nichts zu tun. Ich hab ja Zeit. Immerhin bin ich tot. Zeit spielt keine Rolle mehr. Na, sag bloß. Wir hätten unten lang gemusst. Okay. Naja, okay. Spring ich. Nein. Oh, gut. Gut. Sehr gut. Gut gemacht. War genau mein Plan. Genau so wollte ich das. So, jetzt. Hier wieder rein. Das sind neue Gegner. Da waren neue Gegner. Ach ja, richtig. Ach ja, richtig hier drüben. Na, wie kommen wir denn hier hin? Na, Moment. Da. Ah, okay. Okay, Moment. Hier. Ah, jetzt sehe ich es. Alles klar. Da ist der Boden eingestürzt. Denn ich dachte schon, sowas wäre mir doch aufgefallen. Hier drüben die Kletterwand. Aber naja. Jetzt können wir, glaube ich, weiter. Jetzt kommen wir hier oben. Nein. Hier waren wir schon. Und hier geht es nicht weiter. Hm. Wie kommen wir hier oben hin? Das ist nur eine Münze. Aber da hinten ist noch eine Truhe. Moment. Na, ganz einfach. Wir kommen so hin. Warum mache ich hier denn mir groß Gedanken? Einfach hier mit dem Fokus. Ich sage ja, ich mache mir immer selbst Probleme. Na, wenigstens etwas klein, gell? Dann holzen wir hier mal weg. Und jetzt schauen wir mal. Wir können hier noch hoch. Es wird Zeit, dass du etwas findest. Nein. Moment. Wir versuchen mal so. Einmal hier. Zeig mir den Weg. Ja. Hat funktioniert. Okay, jetzt haben wir hier alles. Dann können wir die hier noch weg machen. Und dann sind wir fertig. Mehr geht hier nicht. Okay. Jetzt müssen wir hier unten wieder raus. Dann hier drüben weiter. Na, wo ist mein Riesenbaby? Der Berg hat eine Stimme. Wie hast du... Nein. Nein. Ist egal. Du hast getan, was wir... Was ich... Nicht schaffte. Du musst die guten Neuigkeiten so schnell wie möglich Aliyah überbringen. Tja, ich bin eben groß. Das ist kein Ort für ein Pferd. Natürlich. Natürlich. Absolutes Pferdeort. Gibt gar keinen Sinn. Was war das für ein Deutsch? Egal, Schnellreise. Sehr schön. Ich dachte schon, wir müssen wieder den ganzen Weg zurück. Hier drüben hatten wir noch eine Truhe. Naja, hier oben hatten wir auch noch eine. Die holen wir irgendwann. Was haben wir hier? Hier haben wir auch eine Truhe. Wie kommen wir denn dann die ran? Die Truhe hätten wir hier. Schauen wir mal. Hier drüben an der Brücke irgendwo entlang. Ja. Super tot. Super. Super. Der Mann will es wissen. Lass knacken. Und wir bekommen wieder irgendein Kleidungsstück. Schauen wir uns gleich an. Jetzt gehen wir erstmal in die Schnellreise. Und gehen da oben wieder hin. Wo müssen wir denn hin? Wir sind von hier gekommen. Dann reisen wir hier wieder hin. Und zwar... Dann nehmen wir das hier. Na, das ging ja schnell. Hey, Reiter! Das Feuer des Bergs fließt wieder. Ja, befreit euch meine und Karns Hand. Karn? Dieser Bub? Er hat keine Ahnung. Und doch. In der Schmiede brannt es wieder. Du weißt, was dich erwartet, Reiter. Um dies zu Ende zu bringen, musst du die Tränen wieder fließen lassen. Ich bin nicht ein Laufbursche, Erschafferin. Richtig. Aber unsere Schicksale sind nun verwoben. Hilf uns, dann helfen wir dir. Nimm dies in der Zwischenzeit. Sie könnte nützlich sein. Wow, Erlösung. Eine mächtige Pistole. Die Todsbruder Streit gehört. Den es gar nicht wirklich gibt, aber naja. Ich kenne diese Pistole. Sie gehört meinem Bruder Streit. Wie kamen sie hierher? Ich kann es nicht sagen. Aber hier sind noch andere Dinge, um die wir handeln können. Lass die Tränen fließen. Und komm wieder. Aber wir können was kaufen. Wir schauen gleich mal rein. Aber erst mal hier. Du sagtest, zwei Dinge betreiben eure Schmiede. Feuer und Tränen. Ja, Feuer, um die Erde zu wecken. Und Tränen, um sie zu beruhigen. Beides Geschenke des Steinfaters. Dann wird Feuer nicht reichen. Nein, wir brauchen beides. Und wir brauchen mehr Infos. Wo kann ich diese Tränen des Berges wohl finden? Im Westen, am Fjord vorbei und in die Gussfestung. Darin findest du die Tränen. Okay. Schau dich um. Wir haben neue Ware. Erstmal hier. Das können wir weg. Ja. Dann ja. Das passt gut zu den... Ja. Was haben wir noch? Schauen wir gleich mal hier drüben. Der Hammer kann weg. Kann weg. Die behalten wir mal. Kann weg. Kann weg. Wahllos wird das gut gebrauchen können. Kann weg. Ähm, die Sachen hier. Ja, wie gesagt, die sind Stufe 5. Die behalten wir mal. Den haben wir gerade. Obwohl, nee, wir haben einen anderen. Wir haben ja den blauen. Ähm, der kann weg. Das passt gut zu den anderen. Die beiden können weg. Hm. Die hier können auch weg. Haben wir bessere. Und der Rest, den behalten wir mal. Schauen wir mal hier rein. Was hat sie denn? Wir können hier neue Schuhe kaufen. Und zwar die hier. Andererseits, wir finden ja auch jede Menge Sachen. Und so arg viel Geld haben wir auch nicht wieder. Oh. Die wären ganz gut. Die aber auch. Hm. 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 Wir nehmen uns mal die hier. Denn da bekommen wir mehr Geld. Und mehr Geld würde bedeuten, wir hätten mehr Möglichkeiten zum Einkaufen. Und je früher wir uns sowas nehmen, umso mehr haben wir eben. Schauen wir noch ganz schnell hier rein. Magie und Kraft. Dann, was haben wir hier? Na, da könnten wir auch was gebrauchen. Hier. 7% mehr Geld. Jetzt haben wir hier Widerstand. Und hier. Die wären auch nicht schlecht. Nehmen wir die mal mit. Denn Schuhe haben wir ja. Und Waffen haben wir auch. Okay. Na gut. Gib mal her. Und wir sind mal wieder eine Stufe weiter. Schauen wir auch gleich rein. Alles in einem Zug. Also. Das machen wir mal so. Anlegen. Dann gehen wir hier oben noch hin. Was nehmen wir denn hier? Ähm. Was haben wir hier? Dazu brauchen wir. Können wir das erlernen? Nee. Wir gehen weiter hier bei dem Ghoul. Wir können hier jederzeit auch wieder alle Punkte zurück verlangen. Deswegen mache ich hier mal den Ghoul weiter. Wir brauchen das hier. Und dann können wir das hier nehmen. Na, hier gibt es schon einige nette Sachen. Bin ich mal gespannt. Okay. Aha. Okay. Du wiederholst dich. Na. Hier unten noch der alte Mann. Gehen wir mal hin. Mal sehen, was er so zu sagen hat. Ich weiß noch immer nicht, was die Tränen sind, Erschaffer. Dann hör gut zu. Vor langer Zeit formte der große Schöpfer einen Berg, den Steinfater. Für Äonen thronte dieser Berg über dem Abgrund. Aus den Tiefen des Berges floss reißendes Feuer und von seinen Spitzen reines Wasser. Wo die beiden sich trafen, wuchs der Berg und daraus entstand die erste Welt, das Reich der Erschaffer. Dann gehören die Tränen also zu diesem Berg? Richtig. Und noch immer schmieden wir wie der Steinfater mit seinem Feuer und seinen Tränen. Ohne sie können wir nichts erschaffen. Okay, jetzt wissen wir genau, wie die ganze Sache hier läuft. Einmal die Tränen, einmal das Feuer und dann können die Erschaffer eben erschaffen. Das Ganze werden wir aber erst im nächsten Part sehen. Ich sag wie immer, danke fürs Einschalten. Haut rein und tschüss. Tschüss.